Happy Birthday to you! Herzlich Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und was spielen wir heute? Gestern hatte man Clash Squad gespielt. Dann würde ich mal sagen wir spielen heute. Bitteroyal. Wir spielen mal wieder Bitteroy. Viel Spaß! Erstmal zwei Juschenkinge getan. Ne. Und jetzt äh... Was? Geht schon da unten? Eine Drohne? Ach ja. Hier fliegt irgendwo eine Fliege rum. Die nervt ganz schön. Dann suchen wir uns mal schöne Sachen raus. Eine Maxi. Jetzt habe ich zweimal die Maxi. Einmal wenn ich Klinge schmeiße. Zwei Stück. Freue ich nicht. 40. 40. 40. 40. murmeln Schüchter. SV organic. Hab hier ein Pilz? Zum Futtern? Hmm, wie so ein? Äh, ja, ok. Okay, wenigstens schon mal einen Helm. Dann nehme ich doch lieber die Augs. Oh, falscher Knopf. Das ist ein kleiner Pilzelein. Was für ein Batsch. Oh, nice. Wie. Um. Schauen wir mal. M14 war eine Schrotflinte, oder? Nee. War es nicht. Gleich keiner wird ja auch Scharfschützen. Ich würde es nicht mehr nehmen. Ich würde es zwar sagen nicht, aber. Au. Kranattenwerfer hier. Oh, Diska. Dann nehme ich doch lieber Diska. Mal. Schäusper natürlich. marche los. Ich comes. Natalie. Genief. Ach, crawlメ Diska mãe ist nicht das. Ich bin aus. Ach. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist die Flieger. Was finde ich hier? Okay. Okay. Ich habe noch eine Quest offen. Eine Minute. Habe ich noch Zeit für die Quest? Ich weiß gar nicht mehr was für eine Quest das war. Okay. Okay. Ich gehe da gleich in der Faust rein. Hmmmm. Glaube. Weiß. Das machen wir doch. Äh. Muss man so lange überlegen. Das. 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 Hm. Pflege, verschwinde! Oh. Oh, c'est vrai. Triple kill. Oh. 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 Wo ist denn der letzte? Ah, PC. Ja, ja. Ja, gewonnen. Das war die Runde 1, Runde 2 kommt sofort. Play again. Und es geht schon wieder los, vielleicht 5 Sekunden, keine Ahnung, hab weggedrückt, dann kam das Livestream für die Empfangshalle, dann war ich in die Empfangshalle und dann ging es fort wieder. Gut, dann schauen wir mal, wie es jetzt so aussieht. Springen wir sofort runter. Oh. Es wird also witzig hier. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber kurz landen. Schnell eine Waffe suchen. Munition ist schon mal da. Schmeiß ich mit der Munition, so brauche ich die Waffe. Taschschutz nur leer. Cademine auch schön. Reparatur-Kit und ein Max-10. Keiner hier. Eine AK, Verbandskasten. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's. Ich muss mein Haus hier raus. Da ist einer. Hallo, ich bin da. Okay. F3-Eimer habe ich. Okay. 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 Ich würde mal sagen. Das ist nicht der letzte. Okay. 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 Da ist einer, wir sind da runter. Jawohl! Was ist denn das? Egal. Ich brauche eine neue Maus. Hilfe. Das hatte ich letztens schon mal gemerkt. Ich wollte zielen. Geht aber nicht. Jetzt gehts. Jetzt geht nicht mehr. Ich wollte die Maus kaufen. Okay. Ich werde wahrscheinlich am Wochenende machen müssen. Die Maus ist ja essentiell wichtig. Was hat er da drinne? Okay. Und die nehmen wir. Und die nehmen wir. Habe ich den Key gefunden? Nein. Hätte ja sein. Dann warte ich hier in der Hütte. Wer schießt da? Bis die ganzen Leute vorbeikommen. Warte ich sagen. Oh. Oh. Nach Rom rennen ist besser, oder? Killing Spree! Hm. Das war ein MP. Okay. Löse weg da! Oh, Kopfschuss. Will ich auch nicht immer hin. Pflege. Ich habe hier auch einen Kampf. Beikämpfe gleichzeitig. Ich habe hier auch einen Kampf. Wie gerade war ich, da war noch keiner da und jetzt alles voll. Ach ja. Die anderen? Drei Stück? Drei. Ja, dann schon mal die Mauer als Schutz. Das war nicht mein Kill. Müssen wir über die Straße rüber. Da ist einer. Okay. Jawohl. Mit einer kaputten Maus. Und zwei Kriege. Ah. Die eine Schlacht hier zu Hause ist noch nicht gewonnen. Schauen, wenn ich sie wiedersehe. Jee. Gut, dann sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. аг Senhor22. Bis dann. Hey. Bye. Bis dann. Vielen Dank.